Garage Zimmerli Giuseppe Longa führt Sie gerne durch das grosse Neuwagenangebot. Er beantwortet ausführlich alle Fragen und macht Ihnen ein überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungs-Angebot. Nach dem Kauf verwöhnt Sie unser bestens geschultes Personal mit hervorragendem und schnellem Service zu vereinbarten Kosten. Auch Lehrlinge gehören zu unserem Team. Dank freundlicher Betreuung und Top-Service verlassen Sie unser Autohaus immer mit einem guten Gefühl. Garage Zimmerli – die freundlichste Garage im Kanton Aargau. Garage Zimmerli – die freundlichste Garage im Kanton Aargau. Garage Zimmerli – die freundlichste Szene – die freundlichste Zugwürde. Garage Zimmerli – die freundlichsterieb.